Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Kölns Fußballwunder. Hoffnung dank Sieg gegen Union Berlin. Ein Fußballmirakel belebt die Hoffnung in Köln. Zeitiger Abstieg erfolgreich verhindert. In einer beispiellosen Wendung der Ereignisse am vergangenen Samstag hat der Fußballklub FC Köln seine Hoffnungen am Leben erhalten und einen vorzeitigen Abstieg aus der Bundesliga abgewehrt. Diese Entwicklung verleiht der Fußballsaison 2024 eine ganz neue Dimension und Kölns Fußballfans atmen auf. Der 1. FC Köln, der seit einer Weile um den Verbleib in Deutschlands renommiertester Fußballliga kämpfte, hat das Unmögliche möglich gemacht. Nach einer Reihe von Misserfolgen, unglücklichen Unentschieden und Niederlagen hat der Klub einen nötigen Sieg errungen, um einen Abstieg in die 2. Bundesliga zu verhindern. Ein Hauch von Hoffnung. Bei einem Punktrückstand und nur noch einem ausstehenden Spiel schien der Abstieg des 1. FC Köln fast sicher. Jedoch gelang dem Team im Spiel gegen den SC Freiburg ein verblüffender 3,1-Sieg. Dieser entscheidende Sieg gab ihnen die nötigen Punkte, um sich in der Liga zu halten. Ein solches Fußballwunder wurde schon seit Wochen von Kölns treuen Fans erträumt und am vergangenen Samstag wurde dieser Traum zur Realität. Die entscheidenden Momente. Das Spiel war voller Nervenkitzel und die Spannung stieg mit jeder Minute. Die erste Halbzeit endete mit einem Unentschieden, was die Hoffnung der Kölner Fans schwinden ließ. Aber in der zweiten Hälfte spielte der FC Köln mit neuer Energie und Durchschlagskraft und es gelang ihnen, zwei Tore zu schießen und damit den langersehnten Sieg zu sichern. Die Schlüsselmomente in der zweiten Halbzeit waren zweifellos die Tore von Jonas Hector und Sebastian Andersson, die einen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang des Spiels hatten. Hectors präziser Schuss in der 65. Minute und Anderssons volles Engagement in der 78. Minute waren alles, was der RSNFC Köln brauchte, um den Abstieg zu vermeiden und sich auf dem siegreichen Weg zu stabilisieren. Die Reaktion der Fans auf diesen Sieg war überwältigend. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt und die Fans feierten den Sieg ausgiebig. Fußballexperten, die früher den Abstieg des 1. FC Köln als sicher betrachtet hatten, mussten ihre Meinungen revidieren. Mehrere Fußballanalysten nannten es das Wunder von Köln und es wurde als solches in die deutsche Fußballgeschichte eingemeint. Ausblick Nach diesem erstaunlichen Sieg blickt der 1. FC Köln mit Zuversicht in die Zukunft. Mit den Lehren, die sie aus den vergangenen Spielen gezogen haben, ist das Team entschlossen, sich in der kommenden Saison zu verbessern und die Fans mit noch mehr bemerkenswerten Leistungen zu begeistern. Wie das Sprichwort sagt, ist im Fußball nichts vorhersehbar. Und das hat der 1. FC Köln mit seinem unglaublichen Wendemanöver bewiesen. Diese spektakuläre Wende hat die Fans und Sportliebhaber auf der ganzen Welt gleichermaßen begeistert und inspiriert. Kölner Fans halten nun Ausschau nach der nächsten Saison in der Hoffnung, dass ihr geliebtes Team weiterhin Wunder vollbringt. Quelle Pressemitteilung 1. FC Köln Autor Anita Farke Samstag, 11. Mai, 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Auf wundersch pesos Zuhören Musik 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 Musik